hallo und herzlich willkommen zum vierten let's play clash of clans so wie wir sehen wurden wir in der zeit wo wir offline waren einmal angegriffen und wie es aussieht haben wir den überfall sogar gewonnen können wir uns auch einmal ganz genau das mal angucken hier sieht man den angriffs log den verteidigungs log und posteingang findet man so nachrichten von einem clan oder so im angriffs log bekommen wir informatoren über unsere angriffe können wir die letzten angucken noch mal die wir gemacht haben und den verteidigungstock sehen wir unsere verteidigungs also die angriffe die wir auf unserem dorf hatten eben die wir uns geschlagen haben wie viel ressourcen verloren haben und schauen wir uns das ganze mal an so ja ok da hat jemand einfach nur den könig gesetzt ist gar nicht wo gucken und das spiel sofort beendet ist die oku kaiser die verbindung verloren hat keine ahnung weil mit der pokal hat eben runter wollte schon mal gut für uns oder haben wir 18 pokale mehr bekommen und ja wir haben die ganzen ressourcen einsammeln unsere ganzen sachen sind jetzt fertig der buchstürmer ist stufe 2 die kanone ist die vermittels lager aber auf stufe 3 gemacht ist jetzt dafür auch maximal für dieses dingens für unsere rathaus stufe und sagen greift erst mal an und erst wieder ressourcen reinzukriegen dort ist mein schönen gegner eigentlich nicht schweres aber aber guck mal weiter weg kriegen wir noch ein bisschen was mit mehr ressourcen sowie hier ein bisschen schwerer könnte man wohl könnte jetzt ressourcen wesens zum größten teil mitnehmen wo ist das gold lager ist auch da naja wir gucken weiter die gegner auswahl wird auch mal schwerer ok den können wir nehmen den holen wir uns auch ich würde sagen wir gehen erst mal auf die elixiersammler machen den leer ich glaube gewinnen werden wir zwar nicht aber ist ja nicht ganz so schlimm dann hier auf die ganzen goldminen und hier noch ein bisschen noch drei stück auf die elixiersammler naja der mörser wird uns ruckzuck darunter fegen aber ich hoffe dass wir wenigstens schon mal ein bisschen was einnehmen können schaut auch soweit ganz gut aus dass wir bald alles maximum haben damit wir langsam unser rathaus auch updaten können das war natürlich schöner können wir sachen baut vor allen dingen und ja so jetzt haben wir das schon mal erledigt ich habe hier verloren dachte ich mir schon aber auch fünf pokale diesmal verloren also ein bisschen mehr als sonst aber es ist nicht schlimm wir haben auf jeden fall schon mal beutemäßig ein bisschen plus gemacht schon mal jetzt die truppen ausbilden ich will gucken dass wir jetzt relativ zügig die mauern hoch kriegen müssen wir machen einmal zweimal dreimal ich weiß nicht das wäre es zu knapp mit der ressourcen suche ressourcen suche so könnt schon mal hier die goldmine auf level 3 machen in der zwischenzeit ich weiß nicht haben wir noch genug für die zweite nähe da können wir auch schnell machen da haben wir schon mal beide goldminen die wir abdecken können in der zeit wo wir jetzt noch genug gold und elixier sammeln das ist natürlich nicht schlecht so haben wir hinter mich nur noch die kanonen offen jeweils einmal da haben wir noch das ist schon fertig der geht nicht mehr höher auf dem rathaus level das lagern auf level 3 ist auch schon fertig dann müssten wir nur noch die elixiersammler auf drei machen das geht eigentlich recht fix und hat eben unsere kasernen updaten dann sind wir eigentlich schon mal mit für die rathausstufe durch und könnten dann auf rathausstufe 3 gehen dann würden wir ein zweites armeelager bekommen ein zweites elixiersammler ein zweites elixier lager dritten goldmine zweite gold lager das labor den minenwerfer 25 von den mauern und eine bombe zwei ich muss nur gucken wie viele das sind da steht leider nicht dabei finde ich ein bisschen doof was da steht neu aber nicht dabei wie viele es immer sind aber es ist auch nicht ganz so tragisch so kurz ist unsere trocken recht fertig sind und was ich halt gucken möchte dass wir auch relativ zügig die klaren book aufgebaut kriegen die kostet 10.000 mit dem rathaus level nicht mehr möglich da wir noch maximal 7.000 lagern können aber jetzt mal mit rathausstufe drei sollten wir es dann hinkriegen dass wir auch die klaren book wieder aufbauen können dass wir uns dann auch einen klaren gründen können beziehungsweise einen klaren beitreten können das ganze auch ein bisschen interessanter noch das spiel weil wir anfangen ist einfach so ein reines einspielerspiel das heißt man spielt mehr alleine und hinterher ist dann auch so dass man miteinander zusammenspielt gerade so sachen wie klankrieger auch machen kann und so das ganze auf jeden fall noch ein bisschen interessanter so jetzt haben wir noch acht einheiten die wir brauchen gucken ob wir noch ein bisschen was nachproduzieren müssen das sieht ja nicht ganz gut aus heute haben wir auch noch ein bisschen was wir brauchen jetzt noch eins zwei drei sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 13.000 für die mauern dann haben wir die auch alle fertig und ja gut die beiden kanonen eben noch dann die beiden elixiersammler elixier lager und ein Kaserne zwei level hoch und andere Kaserne noch ein level hoch dann können wir auch direkt mal den riesen mal testen im vergleich gegenüber dem elixier lager weil beide haben so ihre formen ihre nachteile aber dazu kommen wir später ein bisschen näher drauf ich glaube am jahr hatten wir auch schon fertig ne so weit auf max ja das ist auch gut durch und dann können wir mal langsam gucken was wir auch noch ein bisschen mehr platz rankriegen alles zu seiner zeit so dürften die truppen so langsam fertig sein drei stück noch dann sind wir durch jetzt hier so generell bei unserem dorf aussieht auf jeden fall müssen wir gucken was wir auch noch langsam dann mit elixier einnehmen werden und montag nicht so viel brauchen schon mal hier die ersten hindernisse entfernen so die kleineren viele sind es nicht weil es auch so die hindernisszahl ist auch begrenzt also das ist nicht so dass man das ganze dorf immer mal komplett vollkrieg mit hindernissen sondern ich glaube 52 könnte es maximal werden danach kommen keine neuen jungen zu da wäre aber auch immer wieder juwelen brauchen ist halt mal so zu gucken was man relativ zügig alles abholt damit wir wieder neue hindernisse kriegen wo wir neue wählen sind und so weiter und sofort im grunde genommen so machen wir den angriff wo wir jetzt eben was großes finden das erste klein zeug nur jetzt so ein dicker brock mit 7000 natürlich richtig edel aber 700 also ein paar tausender sollten schon drin sein wer auf jeden fall vom vorteil in 2500 ist auch nicht die welt die abwehr ist jetzt sag ich mal auch nicht so schwerste aber es könnte mit dem drop ein bisschen schwer werden da kommen wir nehmen aber eben mit das geht relativ zügig ein bisschen rein so perfekt die rentz dahin jetzt schon wieder der kann und übersehen ich hab so im momentan dass ich die ganze abwehreinheiten übersehe übersehe gar nicht aufgehen so dennoch die Kanone hat überlebt ja ja das könnte auf jeden Fall die Kanone muss schnell kaputt gehen die Barbar jetzt dahin rennen die eine Kanone macht es uns gerade nicht einfach das könnte auch vollkommen in die Hose gehen ich glaube es wird auch wir werden zwar gewinnen aber keine ressourcen mitnehmen wahrscheinlich wo ah gut das ist nur die Frage jetzt mit der Zeit jetzt haben wir nur noch 3 Bogenschützen da noch 3 Barbaren hier noch 3 Bogenschützen das sind also 6 Bogenschützen und 4 Barbaren ja er könnte haarig werden würde sehr sehr knapp werden ob wir es schaffen komplett alles da rauszuholen weil so viel Schaden machen die noch nicht ja es könnte wirklich knapp werden gerade hier mit dem Rathaus auf jeden Fall einstein haben wir schon mal ist nur die Frage ob wir den 2. und 3. auch noch kriegen und wie gedacht ob wir die ressourcen kriegen obwohl es sieht doch besser aus als gedacht als die was wirklich halt noch ganz knapp wird ist mit dem Rathaus ansonsten ist hier auch nirgends wo mehr was hier steht noch der Halloween Krabbstein das ist hier auch so ein Bonustein wie der Weihnachtsbaum von Halloween noch übergeblieben ja gibt halt Leute die sammeln das ich höre auch dazu ich sammle auch solche Sachen ganz gerne voraus geht es die stehen nicht mitten im Weg also wenn ihr wirklich mitten im Dorf steht das ist schon ein bisschen beschissen weil wenn man was einbauen will oder dann ein Base umbaut dann kann es schon was stören dann muss es halt weg weg gehabt ja das sieht doch ganz gut aus zack also 100% nochmal 24 Pokale ja wir sind schon ein bisschen höher mit dem Pokal deswegen bekommen wir jetzt auch nicht mehr ganz so viele und schätzen wir dass der Gegner auch ein bisschen schlechter war hat man ja auch gesehen sind auch schon langsam an den 400 dran ich weiß gar nicht für die Errungenschaft brauchten wir glaube ich 7,50 ne äh Errungenschaft Errungenschaft äh Crystal Liga ich will nicht jetzt wüsste wo die ist die ich suche wir nennen das Trophäe die wir noch irgendwo hier ja genau wir gewinnen insgesamt 7,50 Trophäe in den Mehrspielerkämpfen na gut das ist noch ein bisschen was hin bis dahin hier kann man das Ganze auch nochmal sehen hier sieht man auch was wir schon freigeschaltet haben an Truppen mit den jeweiligen Level drin da wir montano alles auf Level 1 haben steht da jetzt auch keine Zahl und hier unten sehen wir auch was wir schon erreicht haben und ja wenn wir schon irgendwas fertig haben also was fertig erreicht haben und alle 3 Sterne geholt haben wird der Zähler einfach weiter vorgesetzt zum Beispiel jetzt hier bei zerstörten Rathäuser wenn wir jetzt dann irgendwann mal 3 Sterne erreicht haben dann sagen wir mal wir mussten 5 Stück zerstören und das zerstören wir den 5 und 1 das heißt wir haben den 3 Stern jetzt auch zählt einfach noch weiter hat aber keine Auswirkung mehr auf die Uw so nach ausbilden müssen wir fast verpinnt so na gut 8 was geht eigentlich noch 7 Minuten ist auch unser Dings fertig ist auch unser Goldmin fertig das ist auch schon mal gut dann produzieren wir auch relativ viel Gold wir können dann nachher noch ein paar Mauern updaten ich würde sagen wir machen als nächstes versuche ich dass wir die eine Kaserne updaten die kostet 200.000 das ist machbar das dauert noch relativ lange ein Stündchen das dauert glaube ich 2 Stunden ja dann können wir eventuell noch gucken dass wir ja ich würde sagen das Elixierlager ist noch eine gute Sache dass wir die auch noch schnell fällig kriegen dass wir auch da 7.000 speichern können die Truppen sind jetzt fast fertig jetzt haben wir nur noch kaum Elixier für die Burg geschützt das ist natürlich nicht so gut ja da hätten wir doch ein bisschen mehr gebraucht vielleicht mal ein bisschen umdisponieren also wenn wir jetzt hier von dem Druckmaß wegnehmen bekommen wir natürlich das 1 zu 1 wieder gut geschrieben das heißt wir bekommen zu jedem den wir jetzt löschen wir 25x hier zurück so ist es jetzt nicht weil wir machen jetzt kein Minus dadurch das ist schon mal etwas Gutes so noch 2 dann können wir den nächsten Endlauf starten ich weiß gar nicht ob wir auch schon mal was auf der Kurballkarte machen sollen jetzt kriegen wir 500 jetzt sage ich mal auch nicht die Welt hier gibt es jetzt hier 1000 1000 eine Kurballkarte lohnt sich finde ich immer gut wenn man ein Schild hat wenn man kurz spielen kann macht man am besten so ein paar Aufgaben auf der Kurballkarte weil das Schild dadurch nicht verloren geht das ist immer von Vorteilern aber ansonsten mache ich es ja eigentlich relativ selten die Kurballkarte so da haben wir jetzt hier Ressourcen wären nicht schlecht aber ob wir das kriegen das ist schön zugebaut also die Base ist an sich nicht schlecht gestaltet auf jeden Fall ein sehr schönes Layout der ist auch schon ein bisschen weiter ja das ist doch machbar da ist die Kanone da ist eine Kanone und da ist der Bogenschützenturm fangen wir mit dem Bogenschützenturm an dann hier die Kanone und hier die andere Kanone und hier die andere Kanone ja du schön frei ups falsche Truppeneinheit gewählt passiert auch schon mal ja das sieht doch gut aus da haben wir noch 3 Bogenschützen über und das Dorf dürfte jetzt auch relativ schnell kaputt gehen gibt auch nochmal 30 Pokale wir kommen langsam unserer ersten Liga also Bronx sind 3 immer näher dann kriegen wir auch unseren Liga Bonus das ist natürlich auch nicht schlecht so jetzt müssen wir noch eben kurz abwarten bis das Dorf wieder komplett zerstört ist mal gucken ob noch irgendwo außerhalb dort ist weil manche Leute machen das damit die Laufwege aufgrund der Zeit ziemlich langsam packen sie hier in den Ecken weil das sind so die Bauhütten rein halt ich persönlich jetzt eigentlich nicht so viel davon aber naja das sind halt tote Gebäude heißt wenn ich jetzt nur noch irgendwo 46% habe kann ich natürlich diese Gebäude erst noch mit übergebliebenen Truppen wegräumen deswegen ist Ansichtssache ob sich das wirklich lohnt ich sehe immer sehr viele Spieler die das nutzen ich finde es eigentlich nur affig aber ja gut sagen wir mal so Sachen wie zum Beispiel Klagenkrieg macht es ja wiederum Sinn weil da kommt es öfters auch auf die Zeit an das ist dann vielleicht gar nicht mehr so verkehrt die Sachen in den Ecken noch zu verteilen aber Klagenkriege meine ich jetzt auch da sind auch die Basen größer ich rede jetzt auch von Basen die ein bisschen höher sind Stufe 6, Stufe 7, Stufe 8, Stufe 9, 10, 11 das ist schon was ganz anderes so jetzt haben wir 96% ah wir dürfen jetzt relativ zügig gehen wir haben auch glaube ich eine Errungenschaft erzielt glaube ich heißt wir kriegen schon wieder Juwelen ich glaube wir schaffen bald unsere dritte Bauhütte 2 sogar und zwar Unterwerferzerstörer 10 äh Rathäuter und äh Baulöwezerstörer 25 Bauhütten haben wir auch schon erlegt dafür gab es auch nochmal was so jetzt hier die Truppen ausbilden ja das sieht gut aus das dauert jetzt ein bisschen ich würde sagen ich spüre mal vor bis die Truppen alle fertig sind so unsere Truppen sind jetzt fertig unsere ähm Minen sind auch fertig geworden sodass ich jetzt eben schnell schon mal anfange die Sammler zu starten und wir sofort wieder Angriff machen können so so ja wir hätten vorerst Gold auch noch weiter ausgeben können habe ich gerade gesehen aber ist nicht ganz so tragisch er hätte zu wenig Beute das sieht doch ganz ordentlich aus hat auch nur ja alles ziemlich nah drin ja ich glaube nicht dass wir gewinnen werden aber wenn nur mit 50% aber wir können die ganzen Ressourcen mit ihm das ist schon mal ganz gut ja das ist immer schlecht abzuschätzen teilweise klappt das ganz gut und dann wieder hat man das Pech dass das alles nicht so klappt aber ressourcenmäßig dürfte es ganz gut hinhauen das ist ein bisschen was in den Sammlern drinnen und unter den Minen der erste Barbar geht auch schon Richtung Klager das ist auch ganz gut eventuell das sind so zwei Barbar gewesen na abwarten ein bisschen mitnehmen auf jeden Fall mit na das ist doch weniger als gedacht na hätte besser sein können definitiv ja das hält sich in Grenzen ok wir haben ein bisschen Elixier eingenommen aber goldmäßig ja war eigentlich so guter Kampf verlieren wir jetzt 8 Pokale ist aber nicht ganz so tragisch hätte schlimmer sein können gar keine Frage aber was solls kann man uns eh nicht mehr ändern jetzt haben wir 1400 Elixier genommen 700 Gold ist nicht die Welt aber das ist schon mal ein kleiner Anfang jetzt tun wir schon mal Tropen produzieren dann mach ich direkt jetzt auch wieder einen Break dass wir uns wiedersehen wenn die Truppen fertig sind die Truppen sind fertig und wir können das schon mal hier wieder vorproduzieren ein wenig und dann gehen wir auch schon wieder auf Gegnersuche das typische halt eben so wie es halt immer ist und ich glaub der erste ist auch sofort ein Glückstreffer der hat mich glaub ich nur den Bogenschützenturm und zwei Kanonen so was würde ich sagen wir trocken hier ein paar paar Bahnen die den Bogenschützenturm ablenken dann den Bogenschützenturm drauf hier ein paar Bahnen zur Kanone dann noch ein paar Bahnen dann noch ein paar Bahnen noch ein paar Bogenschützen das schaut ganz gut aus jetzt hier oben noch in die kleine Kanone noch ein paar Bahnen drauf und noch ein paar Bogenschützen da mal gucken ob die jetzt hier kaputt geht hier unten ja der letzte war noch so gerade eben geschafft jetzt hier unten und perfekt das ist der Weg zu den Sammlern und Mienen auf jeden Fall frei das ist auch das meiste drin das erkennt man immer schön an dieser violetten Farbe an den Sammlern wo jetzt das meiste Elixier oder Gold oder so steckt das erkennt ob es eher in den Sammlern ist oder ob eher in den Lagern woran man das genau erkennt und wovon so ein bisschen achten müsste habe ich auch separat mal ein Tutorial gemacht da geht es um die Grundlagen des Farms kann ich auch unten als Ding nochmal mit reinpacken da ist nochmal ausführlich erklärt woran man erkennt auf was man eingreifen muss oder auf Sammler oder auf man lieber auf Lager muss und wovon so generell so ein bisschen achten muss wenn man farmt das heißt wann lohnt es sich jemand anzugreifen wann nicht was für Ziele muss man sich setzen und alles halt eben alles was das Farm betrifft also dieses Suchen und Erwirtschaften von Ressourcen und wie gesagt könnt ihr euch gerne mal angucken was das auch ein bisschen genauer erklärt ich würde das jetzt hier nicht mehr so ausführlich machen weil dafür habe ich jetzt alle Videos schon mal gemacht gehabt und es ist auch ziemlich zeitaufwendig das alles nochmal zu erklären hat sich auch seit dem Update auch nicht mehr so viel geändert dass es auch noch relativ aktuell ist so wir haben jetzt glaube ich gleich noch einen zweiten und dritten Stern fast zeitgleich ah hier unten ist noch ein Lager sehe ich gerade das Rad ist noch ein Gold drin das ist auch weg so jetzt alle auf das Rathaus ja auf das Lager dann sind wir auch hier durch haben auch wieder drei Sterne heißt Nummer 23 Pokale und wir dürften so langsam im Liga Bereich sein wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue mal gucken ja perfekt das haben wir schon mal eingenommen unsere Lager sind außerweit voll aber relativ voll ich glaube einen Angriff können wir noch machen ja 332 Pokale es sind eben ja viele nur noch 8 ja Mathematik 68 Stück dann haben wir es auch schon geschafft das ist auch unser sind wir auch schon im Liga Bereich 2 der Bronx 3 Liga ja so 14 Truppen das können wir auch eben kurz vorspulen Moment unsere Lager sind ach unsere Lager unsere Sammler sind jetzt auch auf Level 3 gegangen die sind dadurch auch ein Level höher gekommen sind jetzt Level 7 und auch die können wir jetzt noch einmal verbessern auf 4 dann konnte ich das bei den ja da habe ich mich doch vertragen wir können also auch noch die Goldmini erhöhen ich dachte hier mal 3 wäre Ende gewesen aber die können wir auch noch um 1 erhöhen also auch um 4 ich würde sagen wir machen jetzt noch wir tun schon mal die eine Kaserne updaten und zwar die hier dass wir das nächste Mal auch schon den Riesen testen können in der nächsten Folge nehmen wir alles raus zack dann können wir die starten zack dauert mich jetzt auch 2 Stunden und ich würde sagen wir können schon mal hier ein paar Mauern updaten 1 2 3 ja eine geht noch sind 4 haben wir auch ein bisschen Kohle über so dass wir eventuell noch das Elixir gleich machen können und mit den Resten noch ein paar Mauern und das übliche Elixir dafür nutzen dass wir ähm sagen wir mal schnell dass wir schon mal ein bisschen hier was abholzen können an Hindernissen also an Bäume und Steine gut starten wir jetzt eben jetzt wird auch der letzte Angriff in diesem Let's Play erstmal sein für heute und meine Güte meine Güte Jackpot also den machen wir auf jeden Fall egal ob wir gewinnen oder verlieren das ist scheißegal den machen wir auf jeden Fall der macht unsere Lager einmal richtig schön Feuer sowas ist dann Jackpot auch wenn wir verlieren verlieren wir halt unsere 7 Pokale aber sowas kann man nicht stehen lassen guckt mal an nichtmals 3 4 Sekunden und zack unsere ganzen Lager sind schon voll wir könnten jetzt den Kampf wo abbrechen aber bin mal gespannt vielleicht schaffen wir es ja doch höchstens die 50% zu holen na wir gucken mal weil der Nitteherr hat nämlich nur eine Verteidigung das ist nämlich nur die Kanone und die Klanburg na gut aber da ist nichts drin da ist offen kein Klan jetzt wird man erkennen dass wir in der Klanburg das Klan-Symbol zu sehen das sehen wir dann halt offen wenn wir soweit sind unsere Klanburg aufbauen na 20% sieht nicht gut aus ist ja egal nehmen wir erstmal alles mit was geht sowas hat man nicht oft gerade hier unten nicht scheint wohl ein bisschen inaktiver zu sein obwohl die Lager ist auch was drin vielleicht auch nicht na mal abwarten naja ich sag doch 50% schaffen wir nicht können wir den Kampf jetzt auch abbrechen weil das werden wir auf jeden Fall nicht schaffen das machen wir jetzt auch ja gut brechen wir ab und wie wir sehen wir haben 146.000 Gold gemacht und 19.000 Elixier damit hätten unsere Lager 20.000 mal ja gut nicht ganz so oft aber wir hätten unsere Lager damit ziemlich oft füllen können ich glaube 20 mal das Goldlager hätten wir damit füllen können und unsere Exierlager hätten wir damit 4 mal füllen können ist schon eine Hausnummer so was nehme ich auch gerne mal eine Niederlage im Kauf können wir hier noch ein bisschen nachproduzieren schon mal dass wir noch Truppen haben 4 müssen wir euch noch dann können wir jetzt hier schon mal die Steine unsere Mauern weiterbauen das brauchen wir denn 1,5 müssen wir auf jeden Fall überbehalten na eine geht noch dann müssen wir jetzt hier noch gucken was wir noch 3 Bar Bargain gleich noch irgendwie herstellen und schon mal gucken was wir hier ein bisschen was abgeholzt kriegen hier sind so kleine Stimme für 1000 kriegen wir schon mal schnell weg so kriegen wir noch ein paar Juwelen vielleicht schaffen wir sogar noch die dritte Bauhöhle na ne das schaffen wir nicht das ist zu viel hier haben wir jetzt 2 Juwelen haben wir so Pilze oder so die geben aber wir können für 500 noch so einen Stein entfernen weil wir brauchen ja nur 1,5 und ich möchte wenn es geht die Lager leer machen bis dato dass wir nichts in den Lager drin haben dass wir jetzt gar nicht angegriffen werden mal gucken da haben wir nichts drin das sind Pilze kostet nämlich nur 100 da kriegen wir auch was raus hier ist auch noch ein Pilz gleich hier kommen wir schon mal wieder ne 1 Bar Bar brauchen wir noch damit wir die Zahl voll kriegen ne war auch nichts 2 mal 0 guck mal wie viel wir jetzt raus holen ja so ein paar Nullrunden können schon mal vorkommen das ist aber eher selten da haben wir gleich wieder 3 hier haben wir noch mal gucken ob wir noch etwas kleineres irgendwo haben das scheint aber nicht so auf jeden Fall sieht unser Dorf schon ein bisschen aufgeräumter aus als vorher hier und 1.000 können wir nochmal dann können wir den Rest hier in den Bar Bar noch reinstecken dann haben wir jetzt auch genug nochmal ein Juwel so dass wir jetzt hier erstmal das Lager ausbauen ich würde dann sagen das war es dann auch mit diesem Let's Play erstmal ich hoffe wir sehen uns dann auch wieder beim nächsten Let's Play und wie gesagt wenn ihr wollt könnt ihr wieder Kommentare hinterlassen das Video liken oder auch disliken wie ihr gerade meint wie ihr lustig seid macht worauf ihr Lust habt und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Video das war es dann auch von meiner Seite aus und tschüss